Hallo liebe Sonnenklar-TV-Gäste, euer Rob hier, direkt aus der maltesischen Hauptstadt Valletta. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Heute haben wir ein Urlaubschecker-Spezial, direkt aus der Hauptstadt Maltas und wir legen auch sofort los. Ich stehe hier vor dem Tritonbrunnen, berühmter Brunnen, wo ganz viele Touren starten. Wir sind direkt vom Eingangstor vor Valletta, da seht ihr auch die Stadtmauern. Wir gehen hier einmal eine Runde, es gibt auch gerade ein paar Arbeiten am Brunnen, damit der auch für den Sommer wieder fit gemacht wird. Und man sieht hier eigentlich auch viele Regierungsmitarbeiter, weil alle Ministerien sitzen in Valletta, in der kleinsten europäischen Hauptstadt, mit nur 6000 Einwohnern. Und da sieht man auch schon hinter dem Brunnen das Eingangstor zu Valletta. Da gehen wir jetzt mal hin. Also schöner Sonnenschein heute, kann man sich nicht beschweren. Tritonbrunnen, natürlich im Sommer, wenn der an ist, ist nicht nur im Sommer an, der ist auch jetzt an. Nur gerade, gerade jetzt nicht. Ich habe jetzt hier gerade ein paar Arbeiten am Brunnen. Abends auch ein riesen Highlight. So, und jetzt gehen wir mal Richtung Valletta. Theoretisch sind wir nämlich noch in Floriana. Aber das kann man gerade auch als, ich sage mal, als Tourist nicht immer unterscheiden, ob man gerade in Floriana ist oder in Valletta. Das ist nämlich die Stadt, die direkt vor Valletta gelegen ist. Also die letzte Stadt vor Valletta. Jetzt gehen wir einmal hier geradeaus durch und sind schon fast in Valletta drin. So, wenn wir einmal reingekommen sind nach Valletta, auf der rechten Seite seht ihr direkt das neue Regierungsgebäude. Welches, ich glaube ungefähr, müsste so vor acht Jahren, sieben, acht Jahren errichtet worden sein. Hier sehen wir auch den alten Graben. Den haben die auch richtig schön gemacht. Wenn man mal guckt, hier, so Stadtmauern, hier haben wir so einen Aufzug, ich glaube, es ist so ein Liftenaufzug, der direkt ins Regierungsgebäude führt. Weil das Regierungsgebäude haben wir jetzt hier aus der rechten Seite. Also es ist quasi ein Neubau, was ich aber persönlich als sehr gelungen empfinde und sehr schön in das Bild von Valletta reinpasst. So, hier sehen wir einmal das Regierungsgebäude auf der rechten Seite. So, und natürlich die schönen alten Gebäude. Direkt dahinter kann man schon ein bisschen erahnen. Hier auf der linken Seite mit dem grünen Balkon sehr schön. Also in Malta, in Malta, in Valletta gibt es zwei, drei Straßen, die sich vom Anfang Valletta bis Ende Valletta ziehen. Und dann hat man immer so zwei kleine Seitengassen hier und da. Und hier sehen wir auch übrigens die Oper von Valletta. Die wurde leider im Zweiten Weltkrieg zerstört. Und als dann Valletta europäische Kulturhauptstadt geworden ist, ich glaube, das war vor drei, vier Jahren, haben sie wieder öffnet da so eine Open Air, so eine offene Oper draus gemacht. Und da muss man sagen, das ist schon auch gelungen, da sind viele kulturelle Events und Highlights. Ich war sogar selber auch einmal da vor Jahren, also vor zwei Jahren, glaube ich, und hat mir sehr gut gefallen. So, jetzt gehen wir Richtung Präsidentenpalast. Hier sind die Straßen noch die Gassen. Gästchen sind ja immer so ein bisschen was Kleineres. Aber hier sind das ja noch ein paar Gassen. Gästchen sehen wir auch gleich noch. Ich bin ja ein Rheinländer, aber so sagt man Gassen und Gästchen. Ich glaube gar nicht, dass man das so im Duden findet. So, und hier sehen wir ja die Rückseite der Oper. Okay. So, kommt auch immer mal wieder ein Auto. Ich muss vorsichtig sein. Man hat auch viele Monumente, Monuments in Valletta. Da bitte ich natürlich keine Experte drin. Hier haben wir zum Beispiel. Und jetzt sind wir auch schon am Präsidentenpalast. Der kommt jetzt hier gleich links. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Highlight, altes Gebäude. Erinnert mich immer so ein bisschen an, ja, das sind ja viele Städte, die in Europa, also Paris, muss ich auch sagen, immer so ein bisschen wie Paris, so Rom natürlich auch. Das sind natürlich extrem schöne Bilder. Hier sieht man auch den Balkon oben rechts vielleicht da. Das ist sehr typisch maltesisch und auch typisch für Valletta. Und jetzt sind wir hier auf der linken Seite der Präsidentenpalast, wo eben der Präsident und ich meine auch der Premierminister. In Deutschland haben wir einen Kanzler und einen Präsidenten. Hier ist ein Präsident und ein Premierminister, wie man das aus England kennt, located ist. Also, wir haben hier quasi ihr Office. Wie beim Bundestag gibt es da auch das Kanzleramt. So kann man das, glaube ich, ganz gut vergleichen. Und das ist hier in einem ganz alten, ehrwürdigen Gebäude. Sehr schön. Sieht man auch schön die europäische und die maltesische Flagge. Malta ist ja Teil der EU schon seit langem. Bezahlungsmittel ist auch Euro. Ich weiß nicht, ob das immer für alle so klar ist. Ach, hier witzigerweise kann ich auch was zu sagen. Prime Minister von... Der war zweimal Prime Minister. Das ist aber witzig. Genau. Das ist so einer derjenigen, der quasi mitverantwortlich war. Also, Mintov, dass Malta in die Europäische Union gekommen ist. Also, der hat quasi den Weg geebnet dafür. Und der wird ein wenig wie ein Volksheld gefeiert. Also, nach der Unabhängigkeit von England war er, glaube ich, der erste Premierminister. So, hier sehen wir einmal den Blick zum Fährenhafen. Da hinten sehen wir die Fähre, die nach Sizilien geht. Und hier sehen wir auch im Hintergrund die Kreuzfahrtschiffe, die auch teilweise hier repariert werden. Und jetzt gehen wir einmal zu den oberen Baraka-Gärten. Das war auch so ein Highlight. Ciao, Jonathan. Bye, Geist. So. Ein großes Wuseln hier. Ich bin ein großer Fan der Malteser. Mir gefallen die super. Total nettes, aufgeschlossenes Volk. Ich bin auch sehr stolz, muss man sagen. So sind wir jetzt auf dem Weg zu den oberen Baraka-Gärten. So, das ist übrigens die maltätische Börse, wurde mir ja gestern gesagt. Man sagt ja immer, New York, London, Frankfurt, Malta. Das ist natürlich ein kleiner dummer Witz, aber es ist ein total mini-Gebäude. Und mir wurde gestern von einem sehr guten Kumpel von mir gesagt, dass die Börse drin ist. Ist jetzt gar kein großes Highlight. Wollte ich jetzt nur mal mit erwähnen, wenn es hier schon auf dem Weg liegt. Jetzt gehen wir einmal weiter. Und da sehen wir schon den Eingang zu den oberen Baraka-Gärten. Nochmal kurz hier. Ja, das ist doch cool. Das ist natürlich jetzt eher kleine Gästchen, sehr steil. Man kann schon hinten das Ende von Valetta sehen. Valetta ist eben auch relativ klein. Aber das ist ja auch cool. Da kann man nämlich relativ easy eine Halbtagestour machen. Also man braucht ja, man kann natürlich den ganzen Tag im Valetta verbringen. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Highlights. Aber es ist natürlich auch total okay. Jetzt sind wir übrigens bei den Upper Baraka-Garten reingekommen. Ist aber auch total okay, einen halben Tag in Valetta. Da wird man auch viel mitnehmen. Wenn man aber natürlich in viele Museen möchte und sehr, sehr kulturell interessiert ist, dann lohnt es natürlich auch, einen vollen Tag in Valetta zu verbringen. Keine Frage. Noch ein Käffchen trinken zwischendurch. Da bin ich immer ein großer Fan von. Ich mag das immer. Gerade wenn man irgendwie im Urlaub ist. Käffchen hier, Käffchen da. Dann kann man natürlich auch einen Tee trinken. Für die Tee-Trinker. So und hier sehen wir einmal die Upper Baraka-Gärten. Also ich versuche das immer zu übersetzen. Das ist ja Upper Baraka-Garten. Also die oberen Baraka-Gärten. So und da hat man natürlich einen sensationellen Blick. Seht ihr gleich noch ein bisschen besser. Auf die drei Städte. Das ist so ein feststehender Ausdruck für quasi die Städte, die direkt gegenüber von Valetta liegen. Three Cities. Virtuosa. Das spricht sich immer relativ schlecht aus. Seng, Lea und Birgu. Und das ist auch teilweise noch älter als Valetta. Und da kommt man ganz schnell und ganz günstig mit einer Fähre rüber. Ich glaube so unter zwei Euro pro Strecke. Da kann man fast mehr oder weniger gratis, also zwei Euro, kleine Hafentour so mit eintüten. Finde ich super. Ich bin gerne in den drei Städten. Und gerade wenn man in Valetta ist, kann man das auch miteinander verbinden. Da sind auch schöne Yachten irgendwie gelegen. Also wer da Interesse hat, da noch ein paar Fotos zu machen, der kann das auch direkt mitnehmen. Also hier vom Blick. Dahinten seht ihr übrigens die unteren Baraka-Gärten. Es gibt die oberen, da bin ich gerade, und die unteren Baraka-Gärten. Das ist am Ende von Valetta hinten am Horizont. So, jetzt gehen wir einmal hier einfach mal den Blick genießen. Die Baraka-Gärten entlang. Also die Gärten, die wurden von den Ritterorden, von dem Maltesischen Ritterorden errichtet. Da gibt es ganz, ganz viele Florianer. Florianer ist die Stadt, die letzte Stadt, die vor Valetta gelegen ist. So, und hier haben wir auch einmal nochmal ein kleines Reiler, würde ich auf jeden Fall machen. Finde ich total cool. Das ist ein ehemaliger Liften-Fahrstuhl. Ich glaube, der wurde damals genutzt, mir ist ziemlich sicher, irgendwie, also wenn die Boote angekommen sind in Valetta, musste man ja Sachen auch irgendwie, die die Stadt mal auch hoch schaffen. Und das war natürlich immer ein Riesenakt. Und dann haben die im Endeffekt so einen Lift gebaut. Und den hatten die vor Jahren jetzt wieder in Betrieb genommen. Natürlich komplett renoviert, weil man kann nicht den alten Lift, den alten Lifter einfach in Betrieb nehmen. Und da kostet es 1 Euro. Kann man hoch und runter fahren mit für 1 Euro. Und das Lustige ist, ich sehe hier gerade einen Rechtschreibfehler, das muss ich hier einfach euch zeigen, Hin- und Rückflugticket am selben Tag zu verwenden. Also man kann mit dem Aufzug nicht fliegen, nur hoch und runter fahren. Und ich glaube, ich könnte denen das mal vielleicht erzählen, dass das so nicht heißt. Aber das ist auch nicht schlimm. Das findet man ja immer wieder. Haben sie sich eben vertan. Also hier links seht ihr den Aufzug. Ist ganz cool, gerade wenn man zum Waterfront nach Valetta runter möchte. Die ist dann in die Richtung. Jetzt seht ihr auch die Boote. Da, wo jetzt gerade, das ist glaube ich so ein Öltanker. Der wird da glaube ich repariert. Da legen aber in erster Linie Kreuzfahrtschiffe an. Also das muss man dazu sagen. Ist natürlich jetzt nicht die totale Hauptreisezeit. Ist aber eine super Reisezeit. Weil gerade wird es schön warm. War die letzten Wochen ein bisschen kühler. Gerade wird es aber jetzt wieder wärmer. Es ist eben nicht so brüllend heiß. Die Insel ist nicht so voll. Und das ist schon auch eine sehr, sehr schöne Reisezeit. Hier sehen wir übrigens, Florian habe ich eben vorhin erzählt. Also wenn man quasi direkt aus Valetta raus ist, ist man entweder im Meer oder in Floriana. Das kommt drauf an, zu welcher Seite man geht. Ich bin ja ganz am Anfang an dem Tritonbrunnen von Floriana aus gestartet, weil der technisch gesehen quasi gar nicht in Valetta ist, sondern in Floriana. Und hier haben wir ein paar Locals, die sich hier in Käffchen reinziehen. Will ich mich am liebsten direkt dazusetzen. So. Und hier haben wir auch ein paar Kätzchen. Hier haben wir auch ein Kätzchen. Hallo Kätzchen. Guck mal mal. Hallo. So. Das waren jetzt die Aparbaraka Garden. Wenn ich in Valetta bin, bin ich immer hier. Also unabhängig davon, ob ich irgendwelche Kumpels und Freunde habe, die mir für suchen kommen, denen ich quasi diese Gärten zeige. Ich finde das auch immer schön, nett hier zum Sitzen und zum Verweilen. Ist einfach eine super Atmosphäre und kann ich jedem empfehlen. Jetzt zeige ich euch noch ein paar kleine Gästchen hier und da. Und ich glaube, ihr habt auch schon mal einen guten Eindruck von der maltesischen Hauptstadt Valetta gewonnen. So. Verlassen wir wieder die Aparbaraka Garden und gehen mal Richtung St. John's Cathedral. St. John's Cathedral, wenn man kulturell interessiert ist und auch ein bisschen so über die Geschichte Valettas und gerade Malters erfahren möchte, lege ich euch das auf jeden Fall nahe, ja, sich diese krasse Kirche anzuschauen. So, ne? Das ist einfach, ich bin mittlerweile, wie lange ich mich hier, viereinhalb Jahre in Valetta, ne? Viereinhalb Jahre in Malta. Und jetzt hat am Anfang, hat sie irgendwie da nie so die Motivation zu. Ich bin nicht der große, ich bin nicht der große Kirchengänger, wie man fairerweise sagen, aber das ist schon ein riesen Highlight und man hat auch einen Voice Guide. Also so ein, ich muss ganz ehrlich sagen, wie heißt das denn auf Deutsch, ein Voice Guide? Also im Endeffekt kriegt man so ein Mikrofon und so eine Kassette und kann dann verschiedene Sprachen auswählen. Und während man durch diese sehr, sehr coole Kirche geht, wird einem im Endeffekt die ganze Geschichte dieser Kirche im Zusammenhang mit Valetta und Malta erzählt. Und das gibt es auch auf Deutsch, das gibt es in ganz vielen Sprachen. So, jetzt gehen wir so langsam mehr in die Innenstadt von Valetta rein. Wie gesagt, es gibt ein paar große, groß, groß ist hier gar nichts, aber es gibt so ein paar größere Straßen, die sich durch Valetta ziehen. Gibt es aber natürlich auch Fußgängerzonen und da gehen wir jetzt mal hin. Hier ist übrigens ein persönliches Highlight von mir. Das ist das Key Royale, das ist ein kleiner Kaffeeladen. Mal aufschreiben, sehr leckerer Kaffee, sehr, sehr, sehr netter Betreiber. Kann ich nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Jetzt gehen wir so langsam in die Gässchen. Hier seht ihr eben typisch maltesische Architektur und gerade auch hier typisch maltesische, äh, Valetta, Valetta Style mit diesem Balkon. Finde ich super und viel so grün und grün gehalten. Und, ja, ich wollte eigentlich immer nach Valetta ziehen und dann vielleicht auch mal eine Wohnung kaufen. Ich bin ja schon lange in Malta. Aber da hat leider mein Budget nicht viel gereicht. So, schade eigentlich. Hier gibt es jetzt auch schon so ein paar Shops. Shopping kann man auch machen. Ja, gerade wenn man jetzt irgendwie so einen Strandurlaub macht, ganz im Norden, im Labranda zum Beispiel, dann ist das natürlich auch ganz schön, hier ein paar Shops zu sehen. So, hier haben wir die Merchant Street. Das ist einer der Hauptfußgängerzonen. Hier ist noch viel, ist noch nicht so viel Verkehr. Läden sind noch teilweise zu. Gehen wir einmal durch. Einfach mal genießen. So, ich will euch unbedingt noch das St. John's Cathedral zeigen. Wir sind gerade auf dem Weg dahin. Das ist nicht weit. Hier ist ja nichts weit. Also, müssen wir eigentlich ein paar Minuten erreicht haben. So, und, ja, also Valetta immer eine Reise wert. Natürlich was ganz anderes. Aber dieser Kontrast zwischen Strandurlaub, relaxen, lecker essen, lecker trinken und natürlich im kulturellen Highlight mit Valetta finde ich immer super, muss ich sagen. Also, jetzt haben wir hier noch ein bisschen hier. Zack. Jetzt ist gerade hier das. So, jetzt sind wir auch schon fast am Ende der Tour, weil hier sehen wir, hier sehen wir, hier sehen wir die St. John's Cathedral. Das Interessante ist, die St. John's Cathedral sieht eben von außen, sagt man in Anführungszeichen, relativ unspektakulär aus, weil die zu einer Zeit gebaut worden ist, wo das eben nicht angesagt war, eine Kirche mit Protz und Prunk zu bauen. Das muss man fairerweise sagen, als die Kirche dann von innen renoviert worden ist oder immer wieder erweitert worden ist, das sieht ganz anders aus. Das ist totaler Protz und Prunk. Das heißt, die Epoche, in dem die Kirche gebaut worden ist und die Epoche, in dem quasi die Kirche erweitert worden ist, ist einfach nicht dieselbe, weil von innen ist das ein ganz anders. Da muss man auch fairerweise sagen, für die Experten unter euch, gehöre ich auch nicht zu, da hängt ein Caravaggio. Das ist ein ganz berühmter Künstler, der hat irgendjemanden damals, er wurde sie in Italien, ist nach Valetta geflüchtet und wurde hier glaube ich aber auch dann wieder festgenommen. Und das ist aber einer für seine Zeit berühmtes Künstler der Welt und da hängt eben ein richtiges, also ein echtes, richtiges, kein gefälschtes Painting, Bild von Caravaggio in St. John's Precidule. Und das muss ich schon sagen, man muss fairerweise sagen, der Eingang ist jetzt nicht hier, das ist der Ausgang. Der Eingang wäre einmal hier um die Ecke, jetzt haben wir hier auch so ein paar Läden, bekannte Marken, hier, da kaufe ich immer meine Uhren auf der linken Seite, ja, das ist so, ich trage nur diese Schweizer Uhrenmarke. So, und hier diese kleinen Büdchen oder die kleinen Kiosk, die sind auch, wenn das Wetter ein bisschen schöner ist, immer offen, immer offen, die sind eigentlich nur im Winter zu. Und da wir ja gerade den Umbruch haben von Sommer, von Winter zu Sommer, werden die ja bald wieder aufmachen. So, wir haben aber auch hier immer Läden, die offen sind. So, ich bin mal hier gerade die Republic Street, auch eine Flussgängerzone, wo aber teilweise auch trotzdem irgendwie nur manchmal Autos fahren, die irgendwie beliefern. Und ja, also, wir sind hier eigentlich schon am Ende angekommen unserer Tour. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Und hier zeige ich euch nochmal, genau, das ist jetzt der Eingang und Souvenirstände. Hier haben wir auch ein richtiges Unikat, Malteser Unikat. Und hier haben wir quasi den Eingang von St. John's Cathedral. Und ich freue mich, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Euer Rob. Ciao, ciao.